Fast jeder, unabhängig von Religion oder Nationalität, muss zugeben, dass weltweit ein Kampf tobt. Ein Kampf zwischen den Mächten von Gut und Böse. Es ist ein gewaltiger Kampf zwischen Licht und Finsternis, Wahrheit und Irrtum, Unterdrückung und Freiheit, Recht und Unrecht und schließlich zwischen Leben und Tod. Was für eine Geschichte verbirgt sich hinter diesen krassen Gegensätzen? Viele Religionen, einschließlich der Bibel, lehren, dass es hinter dem dreidimensionalen Vorhang unserer materiellen Welt, die wir sehen, eine andere, ebenfalls sehr reale, spirituelle Welt gibt, die wir nicht sehen können. In diesem unsichtbaren Reich, das uns umgibt, vollzieht sich ein gigantischer Kampf zwischen dem großen, gerechten Helden und dem ultimativen Bösewicht. Die große Frage ist, wer sind diese beiden Hauptkontrahenten und wie, wo und wann hat diese kosmische Krise ihren Anfang genommen? Hierbei handelt es sich um das größte Geheimnis aller Zeiten und die erstaunlichste aller wahren Geschichten, die je erzählt wurden. Diese Krise berührt jeden auf der Erde, ja, jeden Menschen. Der Kampf des Kosmos Kapitel 1 Der Fall Luzifers 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 Die Geschichte der Menschheit ist voll von Kriegen. Und jeder von uns kennt Streitigkeiten aus eigener Anschauung. Um aber den Ursprung des Bösen zu verstehen, müssen wir in die Zeit des allerersten Krieges im Universum zurückgehen, denn dieser Kampf fand nicht auf der Erde statt. Bevor unsere Welt überhaupt existierte, gab es Krieg im Himmel. Allein schon die Formulierung Krieg im Himmel klingt wie der ultimative Widerspruch in sich selbst. Es ist für uns fast unvorstellbar, dass sich eine solche Schlacht unter Gottes vollkommenen Wesen im Paradies abgespielt haben könnte. Was aber hätten die Ursachen sein können? Zum Glück gibt uns ein altes Buch, genannt die Bibel, genügend Details, sodass wir diesen erstaunlichen Bericht zusammenstückeln können. Trotz seiner Tragik ist dieser Bericht aber auch eine unglaublich zärtliche Liebesgeschichte, die sich durch alle Zeitalter hindurch bis heute erstreckt und sie und mich und jeden Menschen persönlich berührt. Unsere Geschichte beginnt vor langer Zeit, und zwar direkt in der Hauptstadt des Universums, an einem Ort, der Himmel genannt wird und der von Engelwesen bewohnt war, die gern den Willen Gottes taten. Unter der gerechten und liebevollen Regierung des Schöpfers erfreute sich der ganze Himmel eines Daseins voller Glück und Zufriedenheit. Der oberste Fürst des Himmels und Herr aller Engel war der allmächtige und liebende Sohn Gottes. Die meisten kennen ihn heute mit dem Namen, den er trug, als er auf die Erde kam, Jesus. Er war in Absichten und Denken eins mit Gott dem Vater. Unter der liebevollen Herrschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes war der Himmel ein Ort der Schönheit, des Friedens und der Freude. Die Dreieinigkeit war von einem Meer zahlloser, dienstbarer Geister umgeben, die gerne die Befehle Gottes ausführten. Sie hießen Seraphine und Cherubine. Allgemein sind sie als Engel bekannt. Für diese mächtigen und intelligenten Geschöpfe war es die größte Freude, die Wünsche des Allmächtigen zu erfüllen. Aber Gott hatte darüber hinaus noch einen ganz außergewöhnlichen Engel geschaffen, der als Anführer der himmlischen Schar dienen sollte. Die Bibel nennt ihn Luzifer, das heißt Lichtträger. Dieser Cherub war das großartigste Wesen, das Gott je geschaffen hatte. Es stand dem Thron Gottes am nächsten. Er war in der himmlischen Rangordnung direkt unter Jesus. Luzifers Aufgabe bestand darin, das Licht und die Erkenntnis des Willens Gottes an alle anderen Engel weiterzugeben. Luzifer war Gottes strahlendstes Geschöpf. Er sah atemberaubend gut aus. Er besaß erstaunliche Führungsqualitäten und großes Organisationstalent. Die anderen Engel bewunderten und respektierten ihn als einen Freund. Doch Gott sah voraus, welches Leid Luzifer in das Reich des Lichts bringen würde. Voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Als Luzifer anfing, über seine eigene Schönheit und Macht nachzudenken, veränderte sich sein Herz schrittweise. Er ließ es zu, dass sich sein Blick von Gott abwandte. Und seine Liebe richtete sich mehr und mehr auf sich selbst. Wie und warum diese Saat der Rebellion in seinem Herzen aufging, mögen wir nie ganz verstehen. Aber der Prophet Jesaja gibt uns folgenden Einblick in das Denken Luzifers. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Luzifer begann allmählich, die Macht Gottes zu begehren, nicht aber seinen Charakter. Als er an seine eigenen außergewöhnlichen Fähigkeiten und seine Schönheit dachte, breitete sich das Krebsgeschwür des Stolzes und der Selbsterhöhung in seinem Herzen aus. Diese Missgunst und Eifersucht trieben ihn schließlich dazu, Gottes heiliges Gesetz zu übertreten und gegen seine Regierung zu rebellieren. Wir müssen hier innehalten und etwas klarstellen. Von Anfang an hatte Gott die Gesetze der Natur aufgestellt, um die materielle Welt, in der wir leben, zu lenken. Ohne diese Naturgesetze wäre das Universum ein Chaos. In gleicher Weise hatte das moralische oder Sittengesetz Gottes dem Kosmos stets Sicherheit und Stabilität gegeben. Einige meinen, dass die zehn Gebote erst entstanden, als Gott Mose diese auf dem Berg Sinai gab. Doch die Bibel lehrt uns, dass die Grundsätze des göttlichen Gesetzes von Ewigkeit her bestanden, denn sie sind die Grundlage seines himmlischen Reiches der Liebe. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Die zehn Gebote sind eine Zusammenfassung des göttlichen Charakters der Liebe. Die ersten vier Gebote beschreiben, wer Gott ist, seine Macht, sein Herrschaftsgebiet und seine Autorität. Die letzten sechs beschreiben, wie er ist, seine Ehrlichkeit, Reinheit, Treue. All diese Eigenschaften waren immer wahr und werden immer wahr sein. Jetzt aber, zum ersten Mal in der Geschichte der Ewigkeit, begann Lucifer diese vollkommenen Grundsätze zu übertreten. Lucifer wusste, dass er Unterstützung brauchte, wenn er Gott in Macht und Stellung gleich sein wollte. Deshalb machte er sich an die Arbeit. Er begann unter den anderen Engeln Zweifel und Unzufriedenheit in Bezug auf die Herrschaft Gottes zu säen. Gleichzeitig stellte er seine eigenen Vorzüge heraus. Er deutete an, dass Gott seine göttliche Macht missbrauchte und dass Gottes Gesetz die wahre Freiheit und das Glück seiner Geschöpfe einschränkte. Mit seiner geschickten Argumentationsweise und seinem großen Einfluss gelang es Lucifer, eine große Zahl Engel zu überreden, sich ihm und seiner Meuterei anzuschließen. Vielleicht fragen Sie sich, wie konnten so viele intelligente Engel dazu überlistet werden, diesem Verführer zu folgen. Nun, wir sollten bedenken, bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein Engel je eine Lüge gehört. Und zu diesem frühen Zeitpunkt in der Rebellion sahen die Engel noch nicht, wie besessen Lucifer mit seinem Ansinnen war, sich die Stellung Gottes anzueignen. Sie ahnten nicht, dass er schließlich den Sohn Gottes am Kreuz foltern und töten würde, um danach zu trachten, dessen Trom einzunehmen. Seltsamerweise dachte Lucifer, er könne seine wahren Absichten vor Gott verbergen. Wie denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns. Wir sollten nicht meinen, dass die Rebellion Lucifers Gott überraschte oder ihn unvorbereitet traf. Der Herr weiß alles. Dazu gehören auch die Gedanken seiner Geschöpfe. Er verstand genau, was Lucifer durch den Kopf ging. Und in liebender Barmherzigkeit warnte Gott den abtrünnigen Engel vor der Gefahr, in der er sich befand. Aber am Ende verhinderten es der Stolz und die Eigenliebe Lucifers, das er bereute. So entschied er sich für offene Rebellion gegen Gott, statt demütigen Gehorsam. Manche mögen sich fragen, bedeutet das, dass Gott einen Engel mit Charakterfehlern geschaffen hatte? Nein, aber er hatte Lucifer mit Entscheidungsfreiheit geschaffen. Sehen Sie, Entscheidungsfreiheit ist etwas Wunderbares, aber sie beinhaltet ein unglaubliches Risiko, nämlich die Möglichkeit einer Rebellion und der Zurückweisung der Liebe Gottes. Sehen Sie, wahre Liebe kann nicht von einem programmierten Geschöpf kommen. Sie kann auch nicht erzwungen werden, sondern muss aus freien Stücken gegeben werden. So niedlich beispielsweise dieser kleine Roboterhund sein mag. Er kann mich nie wirklich lieben. Ich kann den Anschein erwecken, als würde er mich lieben. Aber in Wirklichkeit führt er nur programmierte Befehle aus. Er hat keine andere Wahl. Anders ist es bei diesem kleinen Kerl. Er freut sich wirklich, mich zu sehen. Er gibt mir seine Zuneigung aus freien Stücken. Und mit der Zeit, wenn ich ihn liebe und mich um ihn kümmere, wird unsere Beziehung wachsen. Ebenso will ein Gott der Liebe von seinen intelligenten Geschöpfen nur echte Liebe. Und damit das möglich ist, müssen sie Entscheidungsfreiheit haben. Die Rebellion des Lucifer ist der größte Beweis dafür, dass Lucifer diese Freiheit wirklich hatte. Die große Frage war jetzt also, wie Gott auf diese Krise reagieren würde. Wie würde er mit Lucifer und den Millionen Engeln verfahren, die sich ihm bei dieser Rebellion anschlossen? Manche mögen sich fragen, warum Gott den Rebellen nicht sofort vernichtete. Schließlich hätte Gott Lucifer ohne weiteres durch einen Blitzschlag in die Luft jagen können. Aber hätte das wirklich das Problem gelöst? Nein, im Gegenteil. Das hätte den Zweifel und Argwohn, den Lucifer in das Denken der Engel gepflanzt hatte, nur noch gesteigert. Erinnern wir uns, Lucifer wusste wie kein anderer, wie die Regierung Gottes funktioniert. Seine Beseitigung hätte wie ein Teil einer massiven Vertuschungsaktion ausgesehen. Und Angst vor Vergeltung und Nichtliebe wären dann das Hauptmotiv für den Dienst für Gott geworden. Nein, der Herr wusste in seiner Weisheit, die beste Methode, auf diese Krise zu reagieren, würde darin bestehen, ihr freien Lauf zu gewähren. Das wäre der einzige Weg, um sicherzugehen, dass das Böse nie wieder entstehen würde. Lasst beides, Weizen und Unkraut, miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Im Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut zeigt Jesus, dass eine Zeit des Wachsens nötig ist, damit man bei einer Pflanze die wahre Natur erkennen kann. In seiner unendlichen Weisheit wusste Gott, dass sich der wahre Charakter Lucifers und die bittere Frucht der Rebellion mit der Zeit für alle deutlich zeigen würden. Bis zu diesem Zeitpunkt kannten ja die Bewohner des Universums die Sünde und ihre Folgen nicht. Wenn sie aber ihr selbstzerstörerisches Wesen selbst sehen könnten, würde sich das ändern. Dann wäre die Weisheit und Liebe der göttlichen Regierung für immer gerechtfertigt und das Universum wäre wieder sicher. Als Lucifer und seine Anhänger zur offenen Rebellion übergingen, wusste der Herr, dass es keinen Frieden geben würde, wenn sie im Himmel bleiben dürften. Eine Linie musste gezogen werden, es musste gehandelt werden und die Rebellen mussten aus dem Himmel vertrieben werden. Lucifer und seine Anhänger würden nie freiwillig oder friedlich gehen, also gab es Krieg. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Die Bibel offenbart nicht, welche Waffen genutzt wurden oder wie lange dieser Krieg des Kosmos dauerte. Doch es war ein Krieg, wie ihn kein sterbliches Auge je gesehen hat. Offenbarung 12, Vers 4 sagt, dass am Ende Lucifer und ein Drittel der Engel Gottes physisch aus dem Himmel geworfen wurden. Aber was geschah dann? Lucifer hatte nun Millionen von Engeln auf seiner Seite. Doch er benötigte eine Plattform, von der aus er seine Revolte fortsetzen konnte. Bald, nur zu bald, würde das Universum herausfinden, wie schmerzhaft und kostspielig der Lohn der Sünde war. Denn der Krieg war noch nicht vorüber, er hatte gerade erst begonnen. Lucifer, der Lichtträger, war nun zu Satan, dem Gegenspieler, geworfen. Nach dem Krieg im Himmel wurden Satan und seine gefallenen Engel aus den Höfen der Herrlichkeit verbannt. Eine Zeit lang schweiften sie durch das Universum, um nach Welten zu suchen, die sich ihrer Rebellion anschließen, doch ohne Erfolg. Inzwischen füllte Gott die Lehre, die durch den Verlust von Lucifer und seinen Engeln entstanden war. So wandten sich Vater, Sohn und Heiliger Geist wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung zu, der schöpferischen Tätigkeit. Sie beschlossen, eine neue Welt zu schaffen, die mit Myriaden von verschiedenartigen Kreaturen angefüllt sein sollte. Objekten ihrer Liebe. Diese neue Welt würde einzigartig sein, denn die Hauptgeschöpfe in ihr sollten nach dem Bilde Gottes geschaffen werden. Ihnen würde Gott auch die Herrschaft über den neuen Planeten übertragen, den wir als Erde kennen. Am Anfang schuf Gott die Erde. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Welch großartiger Anblick! Gott schuf eine völlig neue Welt, unseren Planeten, die Erde. Und mit jedem wunderbaren Tag der Schöpfungswoche zeigte sich etwas Neues und Wunderschönes. Am dritten Tag beispielsweise sprach Gott und eine üppige Vegetation entstand. Pflanzen in allen Farben, Größen und Formen. Am fünften Tag wurde die Welt angefüllt mit wunderschönen, exotischen Geschöpfen, die entweder durch die Himmel flogen oder frei durch das blaue Wasser glitten. Und einige konnten sogar beides. Am sechsten Tag erschienen die verschiedensten großen Landtiere, vom riesigen Elefanten bis zum kleinen Backenhörnchen. Sie alle fanden eine Heimat auf dem neuen Planeten und einen Platz, an dem sie in Harmonie mit der übrigen Schöpfung leben konnten. Außerdem schuf Gott am sechsten Tag den Menschen. Dann sprach Gott, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Da machte Gott den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in den Augen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in den Augen. Welch große Ehre, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein. Ein freidenkendes und selbstständiges Individuum zu sein. Am Anfang war sich der Mensch seiner Nacktheit nicht bewusst. Das war wahrscheinlich deshalb so, weil er vor dem Auftreten der Sünde mit Herrlichkeit und Licht bekleidet war. Gott schuf außerdem den idealen Partner für Adam, seine schöne Frau Eva. Das glückliche Paar wurde in einen wunderschönen Garten gesetzt, der ohne jeden Makel gestaltet war, um ihr Glück noch zu steigern. Adam und Eva und auch den anderen Geschöpfen war außerdem das göttliche Vorrecht gegeben, sich nach ihrem eigenen Bild fortzupflanzen. Gott wollte, dass der Mensch für immer die Herrschaft über dieses vollkommene Paradies behält. Auf ewig glücklich und gesund sollten sie mit der Pflanzenwelt des Gartens Gottes arbeiten und sich der Zuneigung und der Gesellschaft aller Kreaturen erfreuen, die unter ihrer Fürsorge standen. Die Umwelt, die unsere ersten Eltern erlebten, unterschied sich deutlich von der heutigen Welt. Rosen hatten keine Dornen, Insekten, Bissen oder Stachen nicht und Löwen und Lämmer spielten friedlich miteinander. Aber der größte Segen bestand darin, dass die Menschen in vollkommener Harmonie mit ihrem Schöpfer lebten. An jedem siebten Tag ruhten Adam und Eva von ihrer angenehmen Arbeit und pflegten Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer, der sie besuchte. Es war eine prächtige, wunderbare Welt. Und dieser glückliche Zustand hätte die ganze Ewigkeit über angedauert, wenn sich unsere ersten Eltern nur bei dem einen einfachen Test als treu erwiesen hätten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Weil der Gegenspieler mit seiner Rebellion das ganze Universum angesteckt hatte, musste Gott einen einfachen Test der Liebe und Treue schaffen. Erinnern wir uns, die guten Engel hatten gerade miterlebt, wie ein Drittel ihrer Freunde aus dem Himmel verbannt wurden. Wie könnte man ihnen jetzt glaubhaft machen, dass sich diese neuen Wesen nicht auch auf die Seite Luzifers stellen würden? Deshalb pflanzte der Herr einen besonderen Baum in den Garten. Einen Baum, dessen Früchte unter Todesstrafe nicht gegessen werden durften. Wenn sie diesen einfachen Test bestehen würden, wäre der Beweis ihrer Hingabe an Gott und ihrer Treue zu seinem Wort erbracht. Mehr noch, es war ein Test der Liebe. Deshalb sagte Jesus in Johannes 14, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Aber es gab da noch jemanden, der von diesem Treuetester fuhr. Er entschloss sich, ihn zu seinem Vorteil zu nutzen. Satan war auf die glücklichen Menschen eifersüchtig, denn sie erfreuten sich eines Lebens, das er verloren hatte. Ihr Glück stand in krassem Gegensatz zu seinem Schicksal, das nun von Schuld, Sünde und Leid geprägt war. In seinem Groll war er nicht damit zufrieden, das unschuldige Paar in Ruhe zu lassen, denn Sünde versucht immer, andere mit herunterzuziehen. Und so kam es, als Eva eines Tages mit ihrer angenehmen Arbeit beschäftigt war, fand sie sich allein gefährlich nah an dem verbotenen Baum. Es war in dieser Situation, dass Satan seine Chance sorgt. Indem er eine Schlange als sein Medium benutzte, rief der gefallene Engel Eva aus dem Baum zu sich, um sie in ein Gespräch zu verwickeln. Seine verzaubernden Worte waren sorgfältig gewählt, um Misstrauen gegenüber Gott zu schaffen. Da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esstet, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass es eine Lust für die Augen wäre, unverlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Als Eva der seidenweichen Stimme des Versuchers zuhörte, begannen sich in ihr Zweifel gegenüber dem Wort Gottes zu regen. Die Schlange lockte Eva mit dem Versprechen, dass sie Macht und Weisheit gewinnen würde. Das fand sie erstrebenswert. Schließlich hatte die Frucht der Schlange scheinbar die Fähigkeit gegeben, zu sprechen. Und obwohl sie die Schlange gerade erst kennengelernt hatte, vertraute sie ihren Worten mehr als Gott, der sie geschaffen hatte und ihr das paradiesische Heim geschenkt hatte. So aß Eva die verbotene Frucht und überredete kurz darauf, auch ihren Mann das Gleiche zu tun. Adam hätte sich dazu entscheiden können, Gott gegenüber treu zu bleiben, doch er stellte die Liebe zu seiner Frau über die Liebe zu Gott. Indem unsere ersten Eltern dem Feind folgten, konnte dieser Herrschaft über die Erde beanspruchen. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein? Niemand kann zwei Herren dienen. So wurde diese Welt das ultimative Schlachtfeld zwischen Gut und Böse. Der Preis waren die Herzen aller Menschen. Adam und Eva nahmen dies in diesem Augenblick kaum wahr. Doch der eine Augenblick ihres Misstreuens und Ungehorsams öffnete das Schleusentor für das Leiden von Millionen von Menschen über tausend Jahre. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Unsere ersten Eltern erlebten schon bald die schrecklichen Folgen der Sünde. In ihrem heiligen Zustand leuchteten Adam und Eva in Gewändern der Herrlichkeit. Nachdem sie gesündigt hatten, verblasste dieses natürliche Lichtgewand und sie schämten sich ihrer Nacktheit. Scham und Furcht traten an die Stelle von Freude und Frieden und sie versuchten, ihre Nacktheit mit Blättern zu bedecken. Sie waren von jetzt an außerdem unter dem ständigen Einfluss des Teufels. Dadurch, dass sie der Versuchung nachgegeben hatten, war ihre Natur geschwächt worden. Satan hatte eine neue Macht über die Menschheit gewonnen. Die Menschen konnten den Versuchungen des Teufels nicht mehr aus eigener Kraft widerstehen. Schließlich stellten sie fest, und das war das Schlimmste, dass sie unter einem ständigen Todesurteil lebten. Gott hatte sie gewarnt, dass Ungehorsam zum Tod führen würde. Sie hatten bereits den geistlichen Tod erlebt. Wie lange würde es dauern, bis sie auch den körperlichen Tod erleiden würden? Zu diesem Zeitpunkt warteten nur Dunkelheit und Verzweiflung auf sie. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Ebenso wie die Sünde die gefallenen Engel aus ihrem himmlischen Heim vertrieben hatte, so wurden nun Adam und Eva aus ihrem Heim im Paradies vertrieben. Alles um sie herum änderte sich schnell, und die Menschen wurden anfällig für Kummer, Krankheit und schließlich den Tod. Sogar die Tiere und Pflanzen wurden angesteckt von dem schrecklichen Fluch. Dornen und Disteln erschienen jetzt an Bäumen und Blumen, und Tiere, die vorher sanft und zahm waren, begannen jetzt zu töten und sich gegenseitig aufzufressen. Und das Schlimmste, die Sünde hatte den Menschen von Gott getrennt. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, das ihr nicht gehört werdet. Zur Zeit der Schöpfung war Adam und Eva die Ehre zuteil geworden, mit den Engeln und sogar mit Gottes Sohn von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Doch Gott ist so vollkommen rein und heilig, dass in seiner Gegenwart nichts Böses bestehen kann. Nun, da die ersten Menschen gesündigt hatten, zog Gott seine heilige Gegenwart zu ihrem eigenen Schutz von ihnen zurück. Die Sünde hat die Seele des Menschen getrübt, sodass er nicht mehr die geistliche Dimension sehen konnte. Von da an war die direkte Kommunikation mit dem Himmel eingeschränkt. Als dieser Fluch Adam und Eva traf, hatte Gott tiefes Mitgefühl. Das Gesetz, das sie übertreten hatten, konnte nicht geändert werden, um sie zu retten, denn es ist heilig und unwandelbar wie Gott selbst. Der Herr wusste, dass es nur einen Weg gab, um den Menschen zu erlösen. So wurde ein Plan offenbart, der aus dem Herzen Gottes kam. Danach sollte der Mensch vom Schicksal eines ewigen Todes errettet werden. Zugleich sollte all das, was durch die Sünde verloren gegangen war, wiederhergestellt werden. Der Erlösungsplan sollte in seiner Tiefe, Breite und Macht ein gewaltiges Unterfangen sein, aber auch ein enormes Opfer erfordern. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. In Römer 6, 23 lehrt die Bibel deutlich, dass der Tod der Sünde sollt ist. Das gebrochene Gesetz forderte das Leben des Sünders und es gab nur einen im ganzen Universum, der als stellvertretendes Sühneopfer für die Menschheit geeignet war. Der Schöpfer allein konnte die Schuld seiner Geschöpfe bezahlen, und zwar dadurch, dass er an ihre Stelle trat. Deshalb erklärte sich Jesus Christus, der Sohn Gottes, bereit, die Reinheit, Herrlichkeit und Sicherheit des Himmels zu verlassen. Er würde auf diesen bösen, abtrünnigen Planeten kommen, um anstelle des Menschen zu sterben. Er würde als ein unschuldiges, hilfloses Kind geboren werden, ein Leben voll Sorge und Schande ertragen und dennoch ein vollkommenes, siegreiches Leben führen. Am Ende würde er einen demütigenden Tod sterben, um als stellvertretendes Sühneopfer für eine gefallene Menschheit einzustehen. Durch sein Opfer würde der Menschheit auf wunderbare Weise noch einmal die Chance geboten werden, das ewige Leben zu erlangen. Sein Blut würde als Lösegeld für die Welt dienen, die Satan entführt hat. Dieser wunderbare Plan der Erlösung war bildhaft im System der Tieropfer dargestellt, die Gott nach dem Sündenfall eingerichtet hatte. Gott hatte Adam und Eva gewarnt, dass sie an dem Tage sterben würden, an dem sie die verbotene Frucht essen. Wie kam es also, dass sie doch am Leben blieben? Die Bibel berichtet uns, dass Gott ihnen bald, nachdem sie gesündigt hatten, Kleider in Form von Tierfällen zur Verfügung stellte. An dieser Stelle sollten wir uns an Folgendes erinnern. Die Offenbarung bezeichnet Jesus Christus als das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet ward, damit der Mensch nicht sofort sterbe. Durch den Glauben an dieses Opfer wurde das Todesurteil symbolisch von ihnen auf die unschuldige Kreatur übertragen. Das Lamm stand natürlich für Jesus. Und so schien ein Hoffnungsstrahl in eine scheinbar dunkle und hoffnungslose Situation. Durch Reue und Glauben an das Blut des kommenden Messias konnte jeder Mensch wieder ein Kind Gottes werden. Aber trotz dieses wunderbaren Plans hat Satan heute immer noch Herrschaft über die Erde. Das Leben in dieser Welt ist deshalb nicht leicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Viele fragen sich natürlich, warum ein liebender und allmächtiger Gott Kummer und Leid zulässt. Aus dem Schöpfungsbericht geht klar hervor, dass Gott nicht die Absicht hatte, dass wir je Schmerz und Anfechtung erleiden sollten. Als die Erde aus der Hand Gottes hervorging, war sie ein wunderschönes Paradies. Es waren Adams und Evas Sünde, die Satan das Recht gaben, Herrschaft über diesen Planeten zu beanspruchen. Durch ihre tragische Entscheidung erlangten der Teufel und sein Anhang die Macht, Menschen zu versuchen und zu plagen und ihnen Krankheit, Schmerz und Leid aufzuerlegen. Vielleicht wäre die bessere Frage, warum hat Satan nicht die volle Herrschaft über den Menschen? Die Antwort ist Jesus Christus. Wahrscheinlich wissen sie bereits, dass der Tod Jesu am Kreuz jedem von uns die Möglichkeit der Erlösung geschaffen hat. Doch in Wirklichkeit ist dadurch noch viel mehr erreicht worden. Als der Erlöser sein Leben opferte, um die Erde zu erlösen, hat diese Tat die Herrschaft Satans über die Menschheit eingeschränkt. Satan kann nicht unseren Willen beherrschen. Seine Macht uns zu schaden hat Grenzen. Das Opfer Jesu brachte uns außerdem eine Zeit der Untersuchung und des Prüfens, in der wir den Unterschied zwischen der Regentschaft Gottes und der Satans erkennen können, um dann zu entscheiden, wem wir dienen wollen. Am Ende wird durch das selbstlose Opfer Jesu das Reich Satans zu einem Ende kommen. Und dann eines Tages wird die Erde dem Menschen zurückgegeben, noch schöner, als sie am Anfang war. Obwohl also für Adam und Eva das Leben mit der Vertreibung aus dem Paradies begann, hatten sie dennoch eine Hoffnung. Gott hatte sie mit Fällen von Opfertieren versorgt, um ihre Nacktheit zu bedecken. Aber was noch wichtiger war, er hatte ihnen verheißen, dass das Blut des Lammes Gottes ihre Sünden bedecken werde, wenn sie Christus annehmen und Buße tun würden. Eine große Frage blieb offen. Würden die Menschen Gottes großzügiges Geschenk annehmen? Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Die erstaunliche Geschichte, die Sie gerade gehört haben, ist wahr, und sie betrifft Sie. Aufgrund des Bestrebens Satans, wie Gott zu sein, und aufgrund Adams und Evas Misstrauen und Ungehorsam gegenüber Gott, sind wir alle in eine schwierige Lage geraten. Einerseits hat uns Gott mit der Möglichkeit, unser Heim in Eden wieder zu erlangen, eine große Chance geboten. Andererseits, wenn wir diese wunderbare Chance nicht nutzen, werden wir zu Sklaven Satans, und wir werden am Ende vernichtet, wenn Gott das Universum von Sünde reinigt. Freunde, es gibt keine bessere Zeit als jetzt, sich für Jesus zu entscheiden. Keiner von uns weiß, wie lange er noch lebt. Unser Leben kann im nächsten Augenblick zu Ende sein. Jesus hat großes Interesse an ihrem Wohlergehen gezeigt, und seine Liebe zu ihnen hat ihn dazu bewogen, einen Ausweg aus der drohenden Zerstörung zu schaffen. Er bittet sie einfach, dass sie ihn annehmen und ihre Sünden bereuen. Durch Christus können sie Vergebung finden und ein neues Herz erhalten, damit sie ihm in seinem Charakter ähnlich werden. Das Ernüchternde ist, dass Satan sich auf jede erdenkliche Weise bemüht, sie davon abzuhalten, Gottes Geschenk der Erlösung anzunehmen. Durch die Geschäftigkeit des Alltags, die Liebe zum Geld oder andere faszinierende Ablenkungen, sorgt er dafür, dass sie sich mit allem anderen beschäftigen, als mit dem, was wirklich zählt, ihre ewige Erlösung. Tatsache ist, wenn sie sich nicht für Jesus entscheiden, haben sie sich automatisch und ohne, dass sie dafür etwas tun müssen, für Satan entschieden. Obwohl Adams und Evas schreckliche Entscheidung tot und unsägliches Leid zur Folge hatte, haben sie jetzt Gelegenheit, eine bessere Entscheidung zu treffen. Gott bietet ihnen einen Frieden an, der ihr tiefstes Verlangen stillt, der sie über die Anfechtungen dieser Welt hinausheben wird. Gott wünscht sich von Herzen, dass sie erlöst werden. Er möchte mit ihnen im Paradies zusammen sein. Doch der Einzige, der sie vom Himmel fernhalten kann, das sind sie selbst. Stellen Sie sich vor, wie tragisch es wäre, wenn Sie dieses kostbare Geschenk ablehnen würden. Sie können sich heute dafür entscheiden, die Erlösung, die Gott versprochen hat, anzunehmen. Sie können sich sogar in diesem Augenblick für das ewige Leben durch Jesus Christus entscheiden. Darf ich Sie an dieser Stelle einladen, mit mir ein einfaches Gebet zu sprechen, um sein Geschenk anzunehmen? Bitte sprechen Sie mir nach. Lieber himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir und bitte dich demütig um deine Vergebung. Herr, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und dass ich dein heiliges Gesetz gebrochen habe. Ich habe erkannt, dass die Strafe für Sünde der Tod ist. Ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und die Strafe für meine Sünden auf sich genommen hat. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und ich nehme ihn als meinen persönlichen Erlöser an. Von jetzt an gebe ich dir mein Herz und vertraue dir, dass du der Herr meines Lebens bist. Bitte vergib mir all meine Sünden und sende deinen Geist, um mir zu helfen, deinen Willen zu tun. Ich danke dir für deine große Liebe und nehme deine Gabe des ewigen Lebens an. Ich bitte alles im Namen Jesu. Amen.